Ich weiß nicht, was wir da noch nicht gesehen hatten. Vor zwei Monaten, Near Death Captured. Simon, lass mal rein. Hat die ein Schwein gehabt. Ich weiß nicht, was wir da noch nicht gesehen haben, was wir da noch nicht gesehen haben. Als würde er grinsen. Ich weiß nicht, was wir da noch nicht gesehen haben. Lass uns die Drachen steigen. Digga, hängt da jemand dran? Warum hängt da jemand dran? Ist das geplant? Anscheinend ist das nicht geplant. Du hast ja einfach selber ihren Stunt durchgezogen. Das war ein neunjähriges Kind in Thailand. Echt? Sah aus wie eine Frau. Also klang auch wie eine Frau. Nicht schlecht, dass sich das Kind so lange festhalten konnte. Er fährt einfach straight durch die Hölle. Papierkopf ist schon wieder gerade in der Küche aufgegangen und wieder zu. Seil ist gerissen. Seil ist gerissen. Ah, ok. Boah. Da hat er doch keinen Bock mehr hinterher zu fahren. Ein Bärli. Da sitzt jemand am Computer. Weiß derjenige, dass da ein Bär zwei Meter neben dem ist? Gibt ihm ein bisschen Honig. Ach krass, der hat sich einfach richtig ruhig verhalten. Das ist echt schlimm. Oh, ist das eklig, Alter! Ist das ein Bandwurm, oder was holt der da raus? Oh, ist das eklig, Alter. Die Krankenschwester findet das eklig. Ach, ne Schlange? Hey, wie kommt denn die Schlange da rein? Boah, und wie lang die ist. Wurm oder Schlange? So ein langer Wurm und so dick. Yo, 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 yo. Oh, Digga. Der arme Obi, komplett in seiner eigenen Welt. Ein Bandwurm, ja, wa? Och, Digga, ich hab damals auch so viel über Bandwürmer gelesen. Das ist einfach richtig räudig, sowas. Wieder ein Bär, wa? Ja. Hat das Schwein gehabt, dass der Bär nicht hinterher gerannt ist, als er weggerannt ist. Ich glaube, die können auch so 40, 50 kmh rennen. Da hast du keine Chance. Und dann denkst du, du kannst auf den Baum klettern, und dann können die auch auf Bäume klettern. Eigentlich kommst du gar nicht mehr weg. Boah, das wär gar nichts für mich mit meiner Höhenangst. Er läuft einfach weiter. Hier einfach weiter gelaufen ist, und so, weiß ich nicht, drei Sekunden später dann erst reagiert hat. Bis zum nächsten Mal.